Hallo und Willkommen bei UpToText, mein Name ist Lukas Bernwieser und Thema heute ist das am 3.7. beschlossene Abgabenänderungsgesetz 2024, das heißt die Steuerreform, die lang erwartete, ist jetzt final. Wir kennen die finalen Regeln, die wir zu beachten haben und hier gibt es auch vier Änderungen, die das Konzernsteuerrecht betreffen und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Bevor wir das aber machen, eine kleine Bitte für all jene, die zum ersten Mal mit dabei sind, aber auch für alle, die ja schon öfter mit dabei waren, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte seid so gut, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Beiträge, die wir hier in diesem Format bringen und wenn halt Beiträge dabei sind, die euch ganz besonders gut gefallen, ja gerne liken, gerne kommentieren, das gibt uns ein bisschen eine Breite, ein bisschen eine Vielfalt und das wäre eine tolle Sache. Und ich würde sagen, nach diesem kurzen Intro starten wir wirklich rein. Wie gesagt, die finalen Regeln, die wir bekommen durch das Abgabenänderungsgesetz 2024, die bieten jetzt und vier Änderungen wollen wir uns im Detail genauer anschauen. Erste Änderung, die wir im Konzernsteuerrecht zu beachten haben, in Zukunft ist eine Verrechnungseinschränkung für Verlustverträge des Gruppenträgers. Bis jetzt war es ja so, dass Verlustverträge eines Gruppenträgers uneingeschränkt verrechnet werden konnten, also uneingeschränkt im Sinne von, man hat einfach das gesamte Einkommen der Gruppe verrechnen können mit den Verlustverträgen des Gruppenträgers. Zukünftig soll das anders sein. Zukünftig soll eine Verrechnungseinschränkung zu beachten sein, nämlich für Vorgruppenverluste des Gruppenträgers, die zurückzuführen sind auf Teilwertabschreibungen oder Veräußerungsverluste an Körperschaften, die im Zeitpunkt der Teilwertabschreibung, im Zeitpunkt der Veräußerung Teil einer anderen Unternehmensgruppe waren. Ist ein bisschen sperrig, aber es ist eine spezifische Regel, die eine Konstellation einfangen soll oder eindämmen soll aus Sicht des Gesetzgebers. Was ist da der Hintergrund? Hintergrund ist das Doppelverlustverwertungsverbot, was wir in der Gruppe haben. Also wenn ich ein Gruppenmitglied in der Gruppe habe und das macht Verluste, dann werden diese Verluste zum Gruppenträger hoch transferiert und können dort, wie gesagt, mit dem Gruppeneinkommen verrechnet werden. Im Gegenzug darf der Gruppenträger aber keine Teilwertabschreibung geltend machen am Gruppenmitglied. Warum? Weil ein und dasselbe Verlust dann de facto zweimal zur Verwertung gelangen würde und da gibt es eine gesetzliche Regelung, dass das nicht zulässig ist. Und es gibt halt Konstellationen oder eine Konstellation, die dem Gesetzgeber hier ganz besonders ein Dorn im Auge ist, die wirtschaftlich fast das gleiche Ergebnis ermöglichen wie so eine Doppelverlustverwertung. Welche Konstellation ist das? Schauen wir es uns am besten an der Grafik an. Dem Gesetzgeber schwebt offenbar folgende Konstellation vor. Es gibt eine Gruppe, hier in violett eingezeichnet, die zwei blau schattierten Gesellschaften sind miteinander eine Unternehmensgruppe und diese Gruppe wird von einer gruppenfremden Gesellschaft gehalten, nämlich dieser weiß eingezeichneten GT Neue Gesellschaft. Und in der Gruppe fallen Verluste an, können die Verluste in der Gruppe verwertet werden und zeitgleich muss die gruppenfremde Gesellschaft eine Teilwertabschreibung vornehmen. Weil das Anophysik nicht in derselben Gruppe stattfindet, sondern eine gruppenfremde Gesellschaft eine Teilwertabschreibung vornimmt, ist diese Teilwertabschreibung steuerlich wirksam. So weit, so gut. Anophysik jetzt nichts Aufregendes. Und wenn jetzt die Gruppe aber erweitert werden soll, nämlich dergestalt, dass man sagt, na gut, wir lassen jetzt einmal die Gruppe Alt, Gruppe Alt sein, lösen sie auf, also die violette Gruppe und machen eine Gesamtgruppe, nämlich dass die weiße Gesellschaft der GT Neue jetzt neuer Gruppenträger einer Gesamtgruppe ist, dann hat dieser GT Neue vielleicht in seinem Bauch eben Verlustvorträge aus, die darauf zurückzuführen sind, auf diese Teilwertabschreibung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und diese Teilwertabschreibung könnt ihr jetzt an und für sich mit dem Gruppenergebnis verrechnen und da ist man halt wirtschaftlich schon sehr nahe an dieser Doppelverlustverwertung. Und das soll hier unterbunden werden, gilt an und für sich für Gruppenanträge, die gestellt werden oder für Gruppen, die per Antrag beantragt werden, ab dem 3. Mai 2024. Was interessant ist, das ist eine sehr spezifische Regel, das heißt, weist man auch nur geringfügig von dieser Konstellation ab, die hier im Fokus steht, sollte die Regel an und für sich nicht mehr greifen. Ein kleines Beispiel, also wenn hier im vorliegenden Fall jetzt die violette Gruppe nicht von einer Standalone-Gesellschaft gehalten wird, also diese GT Neue nicht einfach Standalone dasteht, sondern vielleicht Gruppenmitglied einer anderen Gruppe ist, dann greift diese Regel schon nicht mehr. Warum? Die Teilwertabschreibung wird ja dann nicht zu einem Vorgruppenverlust eines künftigen Gruppenträgers, sondern ist einfach laufender Verlust einer Gruppe. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel über dem GT Neue ist eine weitere Gesellschaft, die mit dem GT Neue eine Gruppe bildet und ich entschließe mich dazu, alle vier Gesellschaften künftig in einer Gruppe zu haben, dann greift diese Konstellation nicht und der einzige Unterschied ist ganz einfach, der GT Neue wird einfach künftig nicht Gruppenträger. Was anderes oder quasi eine weitere Konstellation, die auch denkbar ist, ist, ich habe eine Gruppe, ich nehme eine Teilwertabschreibung vor an einer gruppenfremden Gesellschaft und nehme dieses Gruppenmitglied künftig auf, dann greift diese Regel auch nicht. Also man sieht ganz schön, diese Regel ist wirklich sehr spezifisch zugeschnitten auf die Konstellation, die wir hier in der Grafik skizziert haben. Wenn man sich die Regel anschaut, fällt auch noch weiter so auf, man hat keinerlei Einschränkung auf missbrächliche Gestaltungen. Also wenn die Konstellation vorliegt, ist die Regel anwendbar, wenn sie nicht vorliegt, ist sie grundsätzlich nicht anwendbar. Also es gibt hier keine Einschränkung auf besonders ausgerissene Fälle. Es gibt auch keine Einschränkung in zeitlicher Hinsicht. Also dieses Verrechnungsverbot gilt grundsätzlich für die Ewigkeit und es ist, das ist vielleicht auch wichtig, ein Verrechnungsverbot. Also es führt jetzt nicht dazu, dass Verluste untergehen. Bedeutet, wenn man aus dieser Konstellation rausgeht, gibt es schon noch die Hoffnung, dass diese Verluste irgendwann mal wieder verrechenbar sind. Was könnten da die Zugänge sein? Also, gehen wir vielleicht wieder zurück. Was könnten die Zugänge sein? Man verändert was in der Ausrichtung und Gruppe. Nämlich ein Zugang wäre, man nimmt vielleicht das Gruppenmitglied aus der Gruppe raus, an der die Teilwertabschreibung vorgenommen wurde. Bringt das was? Ich würde sagen, nach meiner Einschätzung, nein, weil es sind ja trotzdem noch Vorgruppenverluste, die ein Gruppenträger hat. Das ist dann egal, ob das Gruppenmitglied, an der die Teilwertabschreibung vorgenommen wurde, noch in derselben Gruppe ist. Aber ein Zugang könnte sein, dass man die Gruppe insgesamt wieder auflöst. Also diese Großgruppe, diese grüne Gruppe, wenn man die auflöst und der Gruppenträger seine Eigenschaft verliert als Gruppenträger, fortan wieder Standalone-Gesellschaft ist, dann hat er ganz normale Verluste und dann sind diese Verluste grundsätzlich wieder verrechenbar, weil eben dieses Verrechnungsverbot nicht mehr greifen kann. Also man sieht, es ist ein temporäres Verrechnungsverbot. Gilt aber für die Ewigkeit, das heißt, wenn er irgendwann mal wieder Gruppenträger wird, lebt dieses Verrechnungsverbot wieder auf. Ein bisschen ein Fragezeichen haben wir noch bei den laufenden Siebtel. Also Teilwertabschreibungen sind ja über sieben Jahre verteilt, geltend machbar. Und wenn hier eben diese Siebtelbeträge in der Zukunft reinwandern, dann sind die grundsätzlich auch von dieser Regel umfasst. Was aber noch nicht so ganz klar ist, wie wirkt das Verrechnungsverbot, das temporäre, sich im Bereich des Siebtel aus. Also hier wird es auch spannend sein zu sehen, was die Körperschaftsteuerrichtlinien dazu sagen. Was vielleicht auch ganz wichtig ist und was uns im Fachsenat gelungen ist, auf den Weg zu bringen, die Frage, die sich gestellt hat, ist, was ist eigentlich, wenn in der Zukunft eine Werterholung eintritt? Das heißt, die Gesellschaft, in der man eine Teilwertabschreibung vorgenommen hat, wenn es der besser geht und man muss zuschreiben, dann hätte man einen steuerpflichtigen Zuschreibungsgewinn sozusagen und könnte jetzt nicht verrechnen, die Teilwertabschreibungsverluste oder die laufenden Siebtel und das wäre ja nicht sachgerecht, also eine Schein-Gewinn-Besteuerung. Und dieser Sichtweise hat sich der Gesetzgeber angeschlossen und hat uns in den erläutenden Bemerkungen mitgegeben, also Zuschreibungen an diesen Gesellschaften, wo Teilwertabschreibungen stattgefunden haben, diese Zuschreibungsgewinne, mit denen können die gesperrten Beträge verrechnet werden. Ich würde sagen, so weit einmal die erste Änderung, die wir zu beachten haben. Es gibt aber noch drei weitere, nämlich hier auch eine Verzichtsmöglichkeit auf die Zurechnung ausländischer Gruppenverluste zu verzichten. Es ist ja so, wenn ich ein ausländisches Gruppenmitglied habe und das macht Verluste, dann habe ich diese Verluste zwingend in Österreich anzusetzen und wenn dieses Gruppenmitglied in der Zukunft Gewinne macht, dann muss ich diese Verluste nachversteuern oder das Gruppenmitglied tritt aus, muss ich auch wieder nachversteuern. Wenn ich in der Zwischenzeit aber in Österreich kein Steuersubstrat gehabt habe, dann ist das an und für sich sehr viel Rechenaufgabe ohne Benefit und da ist es oder kann es ganz geschickt sein, auf die Verlustzurechnung zu verzichten, also in dem Sinn eine Vereinfachung. Ein weiterer Grund und laut Gesetzgeber der Grund, warum es diese Verzichtsmöglichkeit geben soll, ist, wir haben ja neuerdings die Mindestbesteuerung, wo man einfach in der Verlegenheit ist belegen zu müssen, dass man zumindest eine effektive Besteuerung von 15 Prozent hat und wenn ich hier ausländische Verluste reingerechnet bekomme und nicht nachweisen kann, dass innerhalb von drei Jahren hier diese Verluste sowieso nachzuversteuern sind, dann fällt es mir vielleicht schwerer eben zu belegen, dass ich hier mindestens ein effektives Steuerniveau von 15 Prozent habe und hier soll eben diese Verzichtsmöglichkeit hier mir ein Tool an die Hand geben, dass ich das leichter machen kann. Wie ist die Verzichtsmöglichkeit gestrickt? Also ich kann grundsätzlich je ausländischem Gruppenmitglied einen Verzicht aussprechen und das Ganze je Wirtschaftsjahr, also ich bin hier in keinster Weise gebunden und das gilt immer für den gesamten Verlust eines ausländischen Gruppenmitglieds. Für die Praxis bedeutet das, ich habe ein nettes Tool jetzt an der Hand, eben hier Verzichtsmöglichkeiten auszuüben, bedeutet aber auch, ich muss hier genauestens dokumentieren, welche Verluste habe ich jetzt tatsächlich nach Österreich reingenommen und welche nicht, weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Gut, das war, wenn man so will, die zweite Änderung. Eine dritte Änderung haben wir noch im Bereich der Gruppenbesteuerung, nämlich was die digitalen Gruppenanträge anbelangt. Da haben wir eine BFG-Rechtsprechung in der Vergangenheit gehabt, wo das BFG uns mitgegeben hat, naja, wenn ich einen Gruppenantrag digital stelle, ohne einen amtlichen Vordruck zu verwenden, also diese schönen Formulare, und ich reiche das Ganze per FinanzOnline über Sonstiges anbringen ein, dann ist das Anophysik ein nicht zulässiger Gruppenantrag laut BFG. Warum? Die FinanzOnline-Verordnung 2006 sagt, ich darf in FinanzOnline oder ich muss im FinanzOnline dafür vorgesehene Funktionen verwenden. Und da das FinanzOnline aktuell keine eigene Funktion hat für die Einreichung von Gruppenanträgen, ist dieser Gruppenantrag für unzulässig erklärt worden. Und der Gesetzgeber reagiert jetzt hier und gibt uns mit, was seiner Ansicht nach hier jetzt die Anforderungen sind an einen digitalen Gruppenantrag. Ganz konkret sagt der Gesetzgeber, digitale Gruppenanträge sind möglich und zulässig, wenn der amtliche Vordruck verwendet wird, also diese PDF-Formulare, wenn die vertretungsbefugten Personen der österreichischen Gruppenteilnehmer darauf unterschreiben mit einer qualifizierten Signatur und es muss in FinanzOnline einfach die dafür vorgesehene Funktion verwendet werden. Ja, ab wann ist diese Klarstellung gültig oder ab wann haben wir sie anzuwenden? Ab 01.01.2025 und die Frage stellt sich, ist jetzt eigentlich wirklich irgendetwas besser, weil wir haben ja aktuell diese Funktion nicht in FinanzOnline und der Gesetzgeber besteht halt darauf, dass eine dafür vorgesehene Funktion in FinanzOnline verwendet werden muss. Die positive Nachricht ist, es soll diese Funktion kommen, also die Techniker, die quasi gerade eifrig am Programmieren sind, diese FinanzOnline-Funktion einzubrichten, haben Zeit bis 01.01.2025, weil ab dann muss es diese Funktion geben, damit eben dieser Gesetzestext auch Sinn macht. Bis dahin ist aber zu empfehlen, Gruppenanträge oldschool im Papierformat einzureichen, weil man sonst eben unzulässige Gruppenanträge hat. Ja, das waren glaube ich jetzt die Änderungen für die Gruppenbesteuerung und dann haben wir noch eine vierte Änderung, die wir heute besprechen wollen, nämlich eine Regelung, die die Hinzurechnungsbesteuerung betrifft und das Zinsabzugsverbot. Ganz konkret geht es darum, anlässlich der Einführung von Pillar 2 beziehungsweise der globalen Mindestbesteuerung haben einige Länder, einige Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, aber auch Schweiz oder Liechtenstein eine nationale Ergänzungssteuer eingeführt, die dazu beitragen soll, dass man das nationale Besteuerungsniveau zumindest auf 15% anhiebt. Und wir haben ganz einfach zwei Tatbestände im österreichischen Konzernsteuerrecht, wo wir eine Effektivbesteuerung im Ausland errechnen müssen, um zu beurteilen, ob Rechtsfolgen eintreten. Das erste ist quasi die Hinzurechnungsbesteuerung, wo wir ganz einfach die Hinzurechnung von ausländischen Einkünften nach Österreich davon abhängig machen, ob das effektive Besteuerungsniveau im Ausland mehr als 12,5% beträgt. Zweite Konstellation gibt es auch noch, nämlich das Zinsabzugsverbot. Wenn konzernintern Zinsen bezahlt werden, dann können diese Zinsen in Österreich nur abgezogen werden, wenn sichergestellt ist, dass der Zinsertrag auf der anderen Seite zu mindestens 10% besteuert ist. Und für diese zwei Tatbestände sieht das Abgabenänderungsgesetz 2024 vor, dass nationale Ergänzungssteuern hier bei dieser Beurteilung der Effektivbesteuerung mit zu berücksichtigen sind. Und diese Änderung ist an und für sich ab Veröffentlichung des Abgabenänderungsgesetzes 2024 in Kraft und das heißt ab sofort. Ja, das war so die kleine Rundschau, welche neuen Spielregeln wir im Konzernsteuerrecht haben. Wichtigste oder die, die uns am meisten begleiten wird, wahrscheinlich gleich die erste, nämlich das Verrechnungsverbot für Vorgruppenverlusten von Gruppenträgern. Man hat aber schon eingangs zwei, drei Beispielen gesehen, dass diese Regel nicht immer zur Anwendung kommt, dass es hier einfach ganz wichtig ist, wie man die Gruppe ausgestaltet hat und ausrichtet. Und kann auch für euch ein Thema sein, wenn ihr gerade dabei seid, eben eure Strukturen zu betrachten und zu sagen, welche neuen Regeln muss ich hier mit antizipieren bei der Ausrichtung. Ja, wenn ihr Fragen habt in dem Zusammenhang, bitte gerne durchleiten, bitte gerne vorbeikommen oder anrufen. Wir unterhalten uns gern über knifflige Fragestellungen im Konzernsteuerrecht und sollten uns nicht hören, sollten uns nicht sehen, macht das auch nichts. Dann sehen wir uns einfach das nächste Mal bei Up2Tax. Vielen Dank! Das war freilich nicht unsere einzige Folge von Up2Tax. Wir haben viele weitere interessante Folgen, zum Beispiel unsere letzte Folge von Christian Fichtinger zur Stiftungseingangssteuer bei französischem Immobilienvermögen. Die findet ihr links und unsere nächste Folge, die findet ihr rechts. Flanzösisch? Rivalente Untertitelung des ZDF, 2020